kochen nein essen nein feiern nein wo konnte ich könnte ich synthetisieren war das direkt hier drüben beim heilen mit könnte ich doch bloß heilen ach ne das war direkt hier an dem tisch glaube ich war das ach ne das war herstellen nein 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 mach das weg verbessern wo wir gleich noch mal das ach dort oben aber jetzt haben wir nicht mehr genug okay das ist dieser pilz und was ist das andere das ist dieser rassel pfeffer aber ich hätte gedacht den rassel pfeffer den nehmen wir zum zum kochen ach ne zum kochen ist diese kandis und boba ok heil hen würde auch schlafen was bringen zur heilung da bräuchte ich jedes mal nicht jedes mal die wertvollen rohstoffe versenken schlafen Oh, du scheiße. Sie können ein paar Erinnerungen aus der Trauma-Therapie erinnern? Warum würde die Council nicht das an andere Verwendung? Wie? Na Beispiel, sie können die Erinnerungen aus der 다른 anderen Gelegenheit erinnern. Sobald wir uns immer mehr an der Betrugung machen. In Trauma-Therapie erinnern sie sehr späßt, sehr kurze Erinnerungen des Erinnerungen. Ich glaube, Sie können nicht alle Erinnerungen von einer Person aus der Art. Naja, viel hat es nicht gebracht. Das heißt, wir sind ziemlich am Arsch, genug geredet. Ich verstehe, warum die Hörnete in die Hörnete hat. Erina weiß. Das gab keine Heilung. WTF? Wir müssen da in die Richtung. Dürfte doch gleich der sein, oder? Nee. Aber der da hinten ist... Was ist das für ein gekräuselter dort hinten? Dort oben. Das kann doch nicht der Gesuchte sein. Oh. Okay. Dann müsste das ja rein theoretisch da dort hinten sein. Ach, Quatsch. Nee. Ist doch der hier. Egal. Komm schon irgendwann irgendwo raus. Komm schon. Ach du Scheiße Kann ich etwa die Ziele auch noch bestimmen? Nee Ansturm Modus Okay Okay Target immobilized Awaiting new instructions No You can't Ah Copy Delivering to the Apiary immediately Ja super, muss ich jetzt die ganze Scheiße nochmal machen Ach so, okay, gut Jetzt muss ich da auch noch aufpassen wo ich hintrete Was ist denn du dort unten? Bist du ein Dieber? Ja du warst ein Dieber Damit kann ich jetzt nichts machen Ich muss Ich muss Das ist der Da müsste ja dort hinten irgendwo einer sein Da Ja 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 Achtouchein M-hm, 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 m-hm. What's that you're humming? It's the Hornet song. Ever heard of it? M-m-no. I used to sing it all the time at home. Hornet, hornet, you're a gas. We'll rip off your wings and stick them up your... Hornet, hornet, you're a gas. Wow. Sounds like there were a bunch of would-be anarchists at the home. Heh. Yeah, at the time I thought I was referring to the bugs. Oh, ein accidental bad-boy. Too cute. Oh, pretty soon it's a habit. You're not wrong. I guess you were born to be an outlaw, whether you want it or not. Speaking of, I won't say that I'm happy the Hornets are after us, but since we officially became criminals, I think that the two of us are a lot sexier. Totally. UNK, criminal lovers. The Ballad of UNK. Do you think people will write songs about us? Oh, people will write erotique novels about us. Hmm, might as well give them some material then. Nur das eine im Schädel. So, wir müssen in die Richtung. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Jetzt haben wir die Möglichkeit, den da oben gleich mitzunehmen. Oder den dort vorne. Ich glaube, das war doch gleich richtig. Hoffe ich. Da unten klitzert was. Do you think we'll have enough? We'll never have enough. Genau. Ja, oder? Mehr gibt das nicht her. Wir sind da und müssen nach da. Na, das glaube ich dann wohl so langsamer. Ob hier noch irgendwo was ist. So, jetzt müssen wir. So, jetzt müssen wir. Das hat michgeteilt. Ich kann sagen.